Herzlich willkommen zu den Werkstoffthemen Rekristallisation und Erholung. In diesem Lehrvideo werden zunächst die notwendigen Vorkenntnisse zum Verständnis der mikrostrukturellen Vorgänge bei Rekristallisation und Kristallerholung erklärt. Jeder Rekristallisation oder Kristallerholung geht eine Kaltverformung des Werkstoffes voraus. Kaltumformung ist aber nicht einfach nur eine Verformung bei sehr niedrigen Temperaturen, sondern bezeichnet das Umform, also die plastische Verformung, von Metallen unterhalb der Rekristallisationstemperatur. Als Rekristallisationstemperatur wird die Temperatur verstanden, unterhalb der keine Gefügeänderung auftreten. Diese erläutern wir in unserem dritten Video. Allgemein gilt, dass bei jeder Kaltverformung die Werkstofffestigkeit kontinuierlich ansteigt. Dafür gibt es drei Gründe. Bei einer Verformung wird die Kornform geändert. Hier ist zu sehen, wie die Körner nach dem Walzvorgang in Walzrichtung gestreckt und senkrecht zur Walzrichtung gestaucht sind. Durch die Änderung der Abstände zwischen den Atomen treten Spannungen auf, die zu einer Festigkeitssteigerung und einem gleichzeitigen Duktilitätsverlust führen. Hinzu kommt, dass senkrecht zur Walzrichtung der Korndurchmesser kleiner ist als in Längsrichtung. Hier sind also die Laufwege, die Versetzungen ungehindert bis zur nächsten Korngrenze zurücklegen können, deutlich geringer. Kleinere Laufwege bedeuten eine Behinderung der Versetzungsbewegung und bedingen daher ebenfalls eine Festigkeitssteigerung. Gleichzeitig wird die Anzahl der Gitterbaufehler erhöht und somit das gesamte Kristallgitter in einen Zustand höherer Energie überführt. Folgende Gitterdefekte können hierbei auftreten. Leerstellen, Zwischengitteratome, Versetzungen und Stapelfehler. Dadurch befindet sich ein metallischer Werkstoff nach einer Kaltumformung in einem Zustand eines inneren Ungleichgewichts. Durch Temperaturerhöhung werden Spannungen abgebaut und die erhöhte innere Energie wieder erniedrigt. Damit werden die ursprünglichen Eigenschaften des Gefüges wiederhergestellt, so dass entweder ein sicherer Einsatz des Werkstoffes in einem Bauteil oder eine erneute plastische Verformung des Werkstoffes gewährleistet ist. Welche Vorgänge dort genau auf mikrostruktureller Ebene ablaufen, wird in den folgenden beiden Videos erläutert. Zusammenfassung Bei der Kaltumformung wird die Kornform im Gefüge verändert und die Zahl der Gitterfehler, vor allem der Versetzungen, erhöht. Dieses führt zum einen zu einer Verfestigung und zum anderen zu einem Anstieg der inneren Energie eines Werkstoffes. Durch Temperaturerhöhung bei Erholungs- und Rekristallisationsvorgängen können die erhöhte innere Energie und die eingebauten Gitterspannungen abgebaut werden. Die Spannungsreduktion bei Erholungsvorgängen ermöglicht einen sicheren Einsatz des Werkstoffes im Bauteil. Bei Rekristallisationsvorgängen wird das Gefüge in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführt und somit die bei der Kaltumformung erfolgte Verfestigung rückgängig gemacht. Somit ist eine erneute plastische Verformung möglich. Untertitelung des ZDF, 2020